so einladen den den hier hier so einladen den alten sachsäuer das habe ich mir diesmal verkniffen so das drohen wir oder wir haben ein paar japanisch kanpai kampai ist das nicht auch ein getränk oder ist das kam bei mir ist kam bei auch ein getränk oder das kanpai heißt post auf japanisch weiß was gut an krona ist keine ausländer beim wiesen ich will diese pistole mal haben bitte also waffentechnisch borderlands 3 on point man on point ja man it's getting not better it's the best of the best ich hätte es wissen müssen damit rechnen müssen das ist genau das was ich befürchtet hatte natürlich nehmt die scheißmaske ab du auch was ist los weg ein bisschen bist du sonst hoßen wo sind die denn eigentlich die gesicht hier kein hologram aber siehst du den zweiten riss hier im fenster mit korschen ja wo man sitzt mit seinem arsch auf der konsole und die hand bewegen sobald der dialog vorbei ist da war nur eine blaue fläche hat alles riskiert und darin von diesem kammer monster fernzuhalten sie hat mehr verdient als zur unterhaltung von zwei psychopathen zu sterben wir gehen zurück nach pandora kammerjäger rette sie die kalypsos haben eine karnivore erwähnt ich habe ihn zu einem scheiß geschirmen um die kdk zu beobachten er weiß bestimmt was da abgeht du schaffst das kammerjäger du tier du geh und renne die wissenschaft lady ein kopf mit dem kopf mit dem kopf mit dem kopf so, haben wir mal kurz auf das menü dann kannst du hoßen ja lass einfach mal probieren vielleicht war es jetzt am anfang das laden ist jetzt erstmal nicht, lass das mal draußen weil da ist mehr ex geht besser zu schätzen aber das war gerade ein bisschen ungewöhnlich nützlich aber wo, ich will mal gucken ob dies wirklich jetzt 50% rabatt ist bei moxie oh ja aber nur an dem slot ding oder? da wo du reden jung der ist 50% rabatt schnell weg her ich will alles leer machen ich habe 450 iridium ein spin kostet 5 oh crap und sonst kostet es 10? ja aber der track der hier im hintergrund läuft, war der nicht damals bei dem ersten teil ein addon? ich glaube ja wo man diese ganze lange autobahn hatte das addon ich glaube ja hör auf mir befehle zu erteilen moxie ist ja gar nicht da wo ist sie hin? moxie egal ich freue mich auf mein revo ich freue mich auf mein revo wow ja ja ich bin hier das ist so ein blatt der welt ich gehe der automat hasst mich nicht so glücklich ich glaube nicht so glücklich ich glaube das denn eins sniper weg bringen so aufmach pambora so aufmach pambora mal akk mal akk alte 4 warte ich habe hier äh hä was hast du hier ich hab noch irgendwie so ein skin oder sowas wechselsystem weißt du was ich dazu sage ok äh untersuchen achso war ja dann äh ja ok das geht immer noch nicht ok nevermind let's go alright ja wegen waffenskins mal googlen was ist das denn? hä? keine Waffe oder wat? äh hast du grad hast du grad korrosion gepisst? warte ich rutsch mal auf dich zu warte ich rutsch mal auf dich zu warte ich rutsch mal auf dich zu ich weiß woher das kommt Schild? rutschen katapultiert positiv splitter hoch beim aufprall explodieren Artefakt oder wat? ja ich hab gedacht das kommt durch das Schild facht fach hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhha this will be fun he is a maniiiak Ich bin nicht verrückt. Du bist verrückt. Warum so sehr? Du hast doch bestimmt auch Justice League gesehen, ne? Die beschissene alte Fassung oder die neue? Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Cinder Cut ist auch beschissen. Den habe ich noch nicht gesehen. Ist beschissen. Ist nicht wert, glaub mir. Erstens, die Musik bei den Charakteren, wenn sie introduced werden, wurde gechanged zu so Mellow Pillow-Palle-Scheiße und nicht nur so rockig und gut. Das war doch, ähm... Und die Szenen... Sex Kitten, ey, wie heißt der denn? Zack Snyder. Nee, die Musik, die bei dem anderen benutzt wurde. Das war so ein... Wo bist du jetzt schon noch da? Winkel mich nicht an. Das war... Das war, ähm... Ach, ich war so ein Baby-Spaar. Vorläufig. Offenbar sind Iridianer-Professorinnen, so begehrt die Kammerschlüssel. Ach, galgen Humor beiseite. Ich würde es begrüßen, gerettet zu werden. Bevor ich mich zur allgemeinen Belustigung foltern und töten. Ich habe zwar noch einige Asse im Ärmel, aber damit erfahre ich mich wohl nur, dass ich auf eine andere Art sterbe. Also, wenn du gerade bei ihr, oder wenn sie gerade dir als Hologramm erschien, das habe ich sie nicht gesehen. Ist sie bei mir. Hui! Ich weiß nicht mal, ob ich hier richtig bin. Nein, natürlich nicht. Was hast du denn da für einen geilen Bozlein? Ja, Tony Hawk, bitch. Nee. Das sind goldgeil. Ah, jetzt kommen wir hier hin. Kannst du dich erinnern, wo wir hier standen und wir kamen da nicht rein? Ja. Hui. We are open. Ich sehe erstmal hier alles. Oh, kick dafür mein Retro. Die macht guten Schaden. Oh, Junge. Der Revo ist geil. Riesig geil. Was ist hier? Ach, wanted. Seit du Mauspiece erledigt hast, suchen die Kalypsus ein neues Großmaul. Was hältst du davon, wenn wir das Casting crashen? Du brauchst ein Vorsprechen. Zieh los und finde heraus, was du dafür brauchst. Sobald wir dich in diese Castings eingeschleust haben, kannst du alle möchte gern maulen. Oh. Ich kann den wechseln zu einem Granatwerfer. Aber auch nicht schlecht. Aua. Ja, meine Lena. Selber schuld. Wie viele Schuss waren das im Magazin? Zwölf. Alter. Wenn ich einmal ganz kurz drücke auf meine Maus, drei Schuss. Wenn da steht, verbraucht mit einem Klick alle Schüsse in dem Magazin, erwarte ich sowas. Und nicht, dass du einmal klickst und zwölf Kugeln fliegen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, nicht so wie bei Pre-Secret. Einmal so und fertig. Ja. Das erwarte ich dann von sowas. Aber der verschießt ja nicht alles, wenn ich einmal drücke, ne? Ne, ne, aber weißt du, so einmal klicken und dann, dass der dann da steht. Tut, 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 tut. Mit der Pistole so. So, äh, ich trock dir mal kurz, dass du den nochmal tristen kannst. Ja, da sind noch gar keine Gegner. Da sind noch gar keine Gegner. Der sieht schon cool aus, ne? Ja, der zieht halt auch hoch, die Sau, ne? Aber Die Hand, die, die Hand, ne? Die Hand ist so krank. Also ich brauche immer einen Gegner, ey. Hier. Kaufe Waffen mit grüner Qualität? Ich hab doch... Jesus Christ. Was ist denn, wenn ich ziele? Ey, du musst anlegen. Macht er die Hand nicht hin? Ich weiß. Dann nimmt er den Daumen. Ist das krank? Wow. Best Dreh forever. Alleine, alleine zur allgemeinen Belustigung musst du die aufheben. Ist ja richtig geil. Jetzt könnte ich sagen, ich bin Lucky Luke. Ja, lass mal... Alter Schwede, lass wechseln. Okay. Äh... Ab nö. Und dann lad ein, Bitch. Kannst du einladen? Passiert, ja. Ja. Äh... Wo war die Einladung nochmal? Ingame weiß ich es nicht. Ich klicke dann immer die auf den Benachrichtigungen. Vielleicht in Social. Ja, via Steam habe ich nichts bekommen. Hast du mich via Steam eingeladen und per Shift? Nee, ich hab, äh... Im Spiel auf dich draufgeklickt und gesagt, ja, einladen. Jetzt. Ach, der setzt sich hinter mich. Nice. Äh, weiter. Ja, du setzt dich hinter mich bei mir. Mhm. Mhm. Lange wir beide nicht mit Ärschen auf Konsolen sitzen. Ich würde mich niemals auf meine Konsole setzen. Viel zu schade dafür. Wo bist du denn? Bei mir lädt er noch. Wir müssen als Rudel jagen, sonst werden wir vernichtet. Lass uns jagen. Der Revolver ist einfach so Burst Damage, ne? Wenn die sitzen, die Kugeln, dann sitzen sie. Pupp. Geil. Ich find's halt so geil, wenn du nicht zoomst, wie er dann die Hand nimmt, ne? Ja, ja. Und wenn du zoomst, nimmst er den Daumen. Das ist halt richtig bescheu. Also richtig crazy. Okay. 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 Die gefällt mir eigentlich ganz cool. Ist nur ein bisschen... Die gefällt mir ganz cool, hast du gerade gesagt. Ja, ich weiß. Behindert? Behindert. Oh, Outro. Das weiß ich nicht. Ja. Yeah. Weil das fertig im Menü... Yeah, boy. Was ist denn? Blutspende. Keine Ahnung. Bzzzt. Ja, okay. Ja, okay. Die sind resistent. Und kann ich versuchen. Okay. Ich mag deine Begeisterung, Bestie. Ach, das ist eine Stadt. Ich dachte, hier ist ein Gegner. Oh, hier gibt es drei Quests. Also irgendwann müssen wir mal Dicksidequestsen. Können wir das vielleicht mal machen? Vielleicht kriegen wir durch die Sidequests ja immer ein paar coole Sachen noch. Ja, weil so gesehen haben wir jetzt alle Slots, ne? Also könnten Sidequesten. Oh, guck dir die Liste an. Abzeichen. Okay, ich würde einfach mal sagen, von unten nach oben. Oh, wir haben sogar hier eine Schnellreise. Sehr schön. Ja, keine Ahnung. Let's go. Ja, ich will schon aus. Aber das ist die Scholl durch die Galaxie. Dieses Riff, ne? Ja. Ja. Ich hab nur coole Waffen. Das ist einfach so nice. Ja, man. Das ist einfach mega nice. Erst die One Punch Man Pumpe. Dann Doom Shotgun. Jetzt der Revo. Einfach nice. Hm, ist ja auch nicht schlecht hier. Ich hätte die Pistole, die ich am Anfang gekriegt habe, nicht verkaufen sollen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich sie überhaupt noch in... ...mal über dein Zeug laut musst du es zurückholen. Oh, ich hätte mein Zeug nicht einfach herumliegen lassen dürfen, als ich noch... Bevor ich Maya traf, besaß ich nur Dinge, die ich bei mir tragen oder verstecken konnte. Ich dachte wohl, Athenas wäre irgendwie anders. Hm. Don't trust anyone. Das ist überhaupt aus dem Pist, ne? Das Dumme ist, wenn ich auf... Wenn ich auf... Wenn ich auf... Wenn ich auf Fässer... Wenn ich auf Fässer rutsche. Ha, ha, ha. Wenn die halt instant kaputt, ne? Ja, ab in den Kampf. Boah. Die sind halt ja rein. Gar nicht so im Blick gehabt. Die eine Waffe, oder was? Lol, ja. Also, die S&G. Na gut, aber wir sind ja auch grad Low-Level-Gegner, ne? 22. Wir sind Level 31, hallo? Also, das ist schon Low-Level. Okay. Der hat angespaßt, bist du da neben mir. Äh. Wo ist das Tagebuch? Ja, wo ist das Tagebuch? Ja, wo hier? Hat der Baum da auch mal da was? Wieso habe ich die denn jetzt da drin? Ja. 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 Ach, da drin war das. Wo ist das? Wo ist mein Notizbuch? Hey, hallo zusammen. Ich bin Private Beans. Hört mal kurz auf, Häuser zu verbrennen. Und hört euch das dämliche Tagebuch dieser Emo-Braut an. Bist du lustig? Hier, hör zu. Auf der Flucht. Tag 1. Ich glaube, meine ganze Familie ist tot. Was soll ich nur tun? Noch mehr? Das ist nicht. Das geht nicht. Kammerjäger. Du musst was unternehmen. Binde ihn. Tag 3. Meine Familie fehlt mir so sehr. Manchmal fühlt es sich so an, als wäre mein Herz... Ich bin Arbeit. Better away. Bis bald. Das geht nicht nicht. Bye! ARD Text im Auftrag von Funk